In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, geht es bei Katrin um den nächsten Schritt, und um die zweite Versöhnung. Wer hätte gedacht, dass Katrin, Ulrike Frank, und Alicia, Josefeng Bressel, sich in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, so schnell wieder annähern könnten? GZSZ. Katrin und Alicia sind auf einem guten Weg. Doch auch aus Liebe zu Tobias, Jan Kittmann, ging Katrin in der Serie gerade einen Schritt auf Carlos, Patrick, Fernandes, Freundin zu. Wir haben Alicia belogen und du schmeißt sie raus, als sie helfen will, hatte er das Verhalten seiner Frau kritisiert. Sie ist meine Nichte, und sie hat uns nichts getan. Ja, Katrin lenkte ein, falls du dir vorstellen könntest, wieder für die Agentur zu arbeiten. Es gibt einen Job für dich. Und obwohl Alicia im ersten Moment ablehnte, willigte sie schließlich ein, wieder bei Female Huch 3 einzusteigen. Doch das ist nicht die einzige Versöhnung, die in nächster Zeit auf uns zukommt. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Dienstag, 14. Mai um 19.40 Uhr, im Free-TV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. GZSZ Katrin vermisst Maren. Wie ihr ja wisst, kam es im Zuge des Prozesses, auch zu einem heftigen Streit zwischen Katrin und ihrer besten Freundin Maren. Ich bin deine Freundin, ich habe dich verteidigt und du hast mich von vorne bis hinten verarscht, warf Maren Katrin vor. Du wolltest Carlos für Jahre hinter Gitter bringen, sein Leben zerstören. So schlecht scheint es dir ja nicht zu gehen. Du hast eine neue Firma unterm Arsch. Ich habe jetzt nicht so viel Mitleid. Was Carlos gemacht hat, geht gar nicht, aber es gibt doch Grenzen. GZSZ Maren zweifelt an Katrin. Gegenüber Lilly, ihres Mareike Steen, machte sie ihrem Ärger später Luft. Manchmal frage ich mich, warum mir das überhaupt so viel bedeutet. Katrin hat Nina vergrault, Yvonne war ihr Gegenüber schon immer vorsichtig. Ich verstehe gerade nicht, warum ich sie mag. Wie wir aus der offiziellen GZSZ-Vorschau erfahren, kommt es demnächst allerdings zu einer Annäherung. Obwohl Maren nach wie vor von Katrin enttäuscht ist, bedauert sie, dass es zwischen ihnen beiden so verkrampft ist. Und auch Katrin vermisst ihre Freundin. Dennoch schaffen es beide nicht, den ersten Schritt zu machen. GZSZ Ulrike Frank über Katrins Beziehungsgeflecht Anlässlich der Achttausendste Folge im April bewertete Ulrike Frank das Verhältnis ihrer Rolle zu den anderen Kiezbewohnern übrigens folgendermaßen. Es gibt einige Figuren, zu denen Katrin ein gutes Verhältnis hat, Jo als ewiger Partner durch dick und dünn, die beste Freundin Maren, das Kleeblatt mit Yvonne und Nina, die Liebe mit ihrem Ehemann Tobias. Andere haben Respekt vor Katrin, auch aufgrund dessen, was sie geleistet und erreicht hat, manche auch mit einem Anteil Furcht vor unangenehmen Konsequenzen, weil sie ihr nicht gewachsen sind. Und manche können mit ihrer Art und ihrer flexiblen Auslegung von Rechtschaffenheit wenig anfangen.